Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Er wollte meinen Sohn erschießen. Sean wird hinter dir her sein, Michael. Und hinter deiner Familie. Ich war der Einzige, dem, was an dir gelegen hat. Damit war es vorbei, als du meinen Sohn getötet hast. Du kannst nichts dagegen tun. Ich jage deinen Jungen mit allen Mitteln, die ich habe. Wenn es vorbei ist, werde ich dir in die Augen sehen. Ich bin so, wie du mir jetzt in die Augen siehst. Und dann werde ich deinen leeren Blick sehen. Weil es deinen Sohn nicht mehr gibt. Und dann lasse ich dich sterben. Ich werde alles tun, um Michael zu beschützen. Hey, Terry. Du darfst niemals abdrücken, hörst du? Wenn du es tust, bist du nicht besser als ich. Schickt Leute zu ihm nach Haus. Und zur Familie seiner Frau. Trinken Sie Kaffee, Harding? Sechs Tassen am Tag. Und das seit 30 Jahren. Nehmen Sie heute mal mehr Zucker. Es wird eine lange Nacht. Ich habe gehört, du hast Frank tot in der U-Bahn liegen lassen. Ich dachte, er macht dich fertig. Ja, ich auch. Eine Nacht, um das zu klären. Eine Nacht. Wohin wir auch gehen, wenn wir diese Grenze überschreiten. Wir gehen zusammen. Wohin wir auch gehen. Vielen Dank.